Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zur Besprechung des Films Ellbogen hier beim Tele-Stammtisch. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lida, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ellbogen hat laut dieser Informationsseite seine Premiere am 15. Februar 2024 und wenn ich das Datum sehe, kann es eigentlich nur heißen, dass der auf der Berlinale lief. Das heißt, Vermutung meinerseits, dass du ihn dort auch gesehen hast. Stimmt das? Ganz genau. Da habe ich ihn gesehen. Da lief er in der Sektion Generation. Das ist das Jugend- und Kinderfilmprogramm der Berlinale, das nochmal für sich in alterszugeordnete Gruppen unterteilt ist. Und in der höchsten Altersgruppe, nämlich 14 plus, lief da dieser Film, wobei ich und auch diverse Kolleginnen der Meinung waren, dieser Film hätte genauso gut in anderen Sektionen laufen können, wie zum Beispiel dem für Spielfilme bekannten Panorama. Denn dieser Film ist eigentlich sogar mehr ein Erwachsenenfilm als auch ein Kinderfilm. Natürlich kann man den auch sehr gut Jugendlichen zeigen, aber da ist nichts in der Handlung, das den in irgendeiner Form als Kinderfilm besonders qualifizieren würde. Ja, also Kinderfilm finde ich auch die Wertung strange ein bisschen, aber egal, ob ihr Kind erwachsen oder greif seid, ihr könnt diesen Film ab dem 5. September mal in den deutschen Kinos gucken. Ob sich der Gang zum Kino lohnt, wollen wir jetzt hier festhalten oder feststellen. Bevor wir das machen, Dieter, kannst du uns kurz erklären, worum geht es in Elbow? Es geht um die junge Hazal, die in Berlin aufwächst, deutsch-türkischen Hintergrund hat und sich bisher vergeblich um einen Job, um Zukunftsperspektiv, eine Ausbildung und dergleichen bemüht hat. Sie lebt in einer sehr prekären Situation, eben auch, weil ihr Aufenthaltsstatus offenbar nicht ganz gesichert ist. Als es denn bei einer Feier mit Freundinnen zu ihrem 18. Geburtstag zu einer Eskalation kommt, als die jungen Frauen auf dem U-Bahnhof von einem etwa gleichaltrigen Studenten belästigt werden, wird diesem jungen Mann eine ernsthafte Verletzung zugeführt, Hazal fürchtet und flüchtet vor der Polizei und weist nirgendwo anders so hin, als in das Herkunftsland ihrer Eltern, nämlich die Türkei, wo sie auch einen Internetbekannten hat. Aber auch bei dem ist die Situation nicht sonderlich rosig und dass es dann auch noch zu politischen Unruhen kommt, in denen die kurdische Minderheit bedrängt wird, zu der zum Beispiel der Mitbewohner ihres vorübergehenden Gastgebers und Partners gehört, wird für die Situation nochmal brenzliger. Aber diese junge Frau ist fest entschlossen, nicht aufzugeben und kämpft um ihre Existenz, ganz buchstäblich. Vielen Dank. Gespielt wird Hazal von Melia Cara, die ich zuvor noch nicht gesehen habe, zumindest nicht bewusst, die aber hier, wie ich finde, eine sehr starke Visitenkarte für weitere Rollen abgibt, denn sie ist ganz klar das Zentrum des Films. Es dreht sich also um ihre Figur und sie füllt diese Figur auch wirklich ganz, ganz toll aus. Ich habe ihr wirklich, das meine ich als bestes Kompliment, wirklich gerne zugesehen. Wie war es da bei dir? Absolut. Das ist ein ganz beeindruckendes Hauptrollendebüt, das sie hier abgibt. Sie trägt diesen Film vollkommen und auch diese Figur, die sie spielt, ist dynamisch entwickelt. Sie ist spannend gezeichnet. Wir haben hier eben keine einfache Figur, die sich in Opfer- oder Täterrollen drängen lässt, sondern wir sehen auch, wie sehr solche Rollenbilder fabriziert werden, dass sie in jeder Situation, in der sie ist, nahezu keine andere Perspektive oder Möglichkeit hat, als den Handlungsweg zu gehen, den sie dann geht. Dieser Gedanke von, man kann im Leben selber bestimmen, wohin man steuert, man ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieser Film dekonstruiert das wirklich sehr effektiv, indem er zeigt, diese junge Frau sitzt in einer vollkommenen Sackgasse und immer, wenn sie glaubt, einen Fluchtweg gefunden zu haben, landet sie in der nächsten Sackgasse. Ich fand's ganz spannend, wie sie so eingeführt, also nicht eingeführt, aber wie ich sie kennenlerne, weil es ganz viele Situationen schon gibt, bevor es zu diesem Moment an dieser U-Mann-Station kommt, wo ich mir dachte, das Schöne an der Figur ist, dass sie mir nicht auf Teufel komm raus als Sympathieträgerin dargestellt wird. Die macht eben auch scheiße. Also ein Beispiel, sie raucht mit ihrer Freundin, die in irgendeiner Bar arbeitet und da sind so ein paar Mädels daneben und dann werden die Mädels halt nicht aufgemischt, aber schon so ein bisschen doof angemacht, weil es eben auch Spaß macht. Und das war ganz interessant, weil ich hab nichts gegen sympathische Figuren, aber ich finde, wenn du so eine Art der Geschichte erzählst, dann muss eine Figur auch ein bisschen Fleisch haben, wie der Kollege Timon gerne sagt. Also nicht zwanghaft einen auf Sympathie geeicht, sondern auf eine gewisse Menschlichkeit. Für mich wirkte Hazard halt wirklich durchgängig wie eine real existierende Person und real existierende Personen existieren nun mal nicht alleine, um mir zu gefallen. Und das, fand ich, wurde in diesem Film hervorragend gemacht. Wie hast du das wahrgenommen? Absolut. Das ist auch eine dieser großen Stärken der Inszenierung und was hier die Regisseurin Asli Özarslan hervorragend hinbekommt, dass sie uns eben es nicht leicht macht mit Hazard. Dass diese Figur wirklich nicht um Sympathie bittet, sondern sie auch herausfordert und sagt, Fairness ist etwas, das auch Menschen verdienen, die A, nicht perfekt sind. Und gerade dieser Anspruch der Perfektion wird ja oft an Minderheiten oder an Leute, die zum Beispiel eben aus zugewanderten Familien stammen oder vielleicht auch selber keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben wie Hazard, vermehrt gestellt, dass diese Leute, die sozusagen die Musterbürger sein müssen, sonst heißt es gleich, oh, du fliegst raus aus Deutschland und das ist genau das, was ihr eben droht, während man Deutschen viel, viel mehr Nachlass gibt. Und auch sehr interessant, die Anfangssituation, die du beschrieben hast, ist eben nicht einfach so, dass Hazard und ihre Freundin da willkürlich andere Mädels anpöbeln, sondern diese anderen Mädels, die offenbar aus einer höheren Gesellschaftsschicht kommen, gucken auf die beiden herab, lästern über diese beiden, über Hazard und ihre Freundin und filmen die mit dem Handy. Offenbar, weil sie eben da eben die Freundin von Hazard nämlich in einem Club arbeitet, wo auch scheinbar Sexarbeit stattfindet. Diese beiden Mädchen aus der höheren Gesellschaftsschicht dann annehmen, dass auch Hazard und ihre Freundin Sexarbeiterin sind und dann nichts Besseres zu tun haben, als die beiden zu filmen und sich darüber lustig zu machen. Und auf diese Art von Herabwürdigung, aggressiv zu reagieren, ist durchaus verständlich und, wie ich finde, auch in einem gewissen Maße berechtigt, gerade wenn man es, wie der Film nahelegt, immer wieder erlebt hat. Und dieses Erlebnis ist auch eine Art Hintergrunderklärung, warum Hazard dann in dieser ganz entscheidenden Konfrontation, die zum großen Wendepunkt führt, nämlich als sie und ihre Freundinnen auf einem U-Bahnhof belästigt werden, so ausrastet, wie sie ausrastet. Man merkt eben, das ist nicht das erste und einzige Mal, dass ihr sowas passiert, sondern es ist einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und trotzdem ist sie halt, um mal ein ganz teutonisches Wort zu benutzen, kein Unschuldeslamm. Und das fand ich echt stark. Weil ich habe mich dabei erwischt, dass ich manchmal schon mit ihr so mitgelitten habe, aber auch ganz oft, wo ich mir so als guter deutscher Staatsbürger gesagt habe, Kind, du machst es gerade wirklich nur noch schlimmer. Und was ja auch interessant ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sie hat ja eine Schwester, eine ältere Schwester, die auch wirklich erfolgreich ist. Und es kam mir zumindest so vor, dass es für sie auch wirklich eine Art Mutterersatz ist, weil ihre Mutter, sie versucht ja zu Beginn des Films auch immer so ein bisschen die emotionale Nähe zu ihrer Mutter. Und diese Mutter ist ja sehr kalt. Wir erfahren so ein bisschen, dass da in der Vergangenheit Sachen passiert sind mit Hazard, die wohl nicht so ganz gelungen waren. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, diese Mutter kriegt keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter hin oder will es auch gar nicht mehr. Und das war auch ein echt starker Moment. Also ich muss sagen, am stärksten fand ich den Film wirklich, als Hazard in Deutschland ist. Und das nicht nur, weil ich ein unglaublicher Deutschland-Fan bin. Ja, die Familienbeziehungen, die sie hat, sind hier wirklich gut dargestellt. Dieser Film ist generell schauspielerisch sehr stark, auch in kleineren Rollen, wobei der Fokus eben immer sehr stark auch auf Hazard selbst liegt. Und auch hier ist das Interessante, dass wir eben sehen, dass die Schwester, die es zu was gebracht hat, die auch Hazard immer indirekt als Vorbild vorgehalten wird, so nach dem Motto, du siehst doch, man kann es auch, wenn man es nicht so leicht hat, in diesem System schaffen, dass das für sie einmal ein großer Druck ist, aber dass das auch ein hoher Preis ist, den sie dann zahlen müsste. Nämlich ist es dieser Preis dann immer, jede Erniedrigung, jede Beleidigung, jede Konfrontation runterzuschlucken. Immer zu ackern, zu ackern, zu ackern. Und das, um nur relativ wenig zu haben. Also um dann eine gewisse Sicherheit zu haben, ein Auskommen, aber keineswegs Glück oder ein erfülltes Leben oder vielleicht den Wunschjob. Und man merkt eindeutig, Hazard kann das nicht. Sie kann eben diese ständige nur buckeln und sich immer anpassen, nicht? Und es ist zum gewissen Maß eben auch verständlich. Und sie hat auch eine Tante, die auch so ein bisschen Mutterfigur ist und sie sehr unterstützt, die mit ihr dann mehrfach in den Dialog geht und immer wieder sagt, okay, wenn du dich jetzt hier und da und da einfügst, dann kann man sozusagen das noch an andere Wege lenken. Dann könntest du aus der Situation wieder rauskommen. Und ab einem bestimmten Punkt merkt man auch, dass diese Tante selbst da vollkommen in Wunschdenken verloren ist und überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür hat oder das vielleicht auch verdrängt, was das eigentlich Hazard oder jeden Menschen in ihrer Situation kosten würde, sich in diesem Maße noch zu fügen. Und man muss ja auch immer die Frage stellen, warum das von Menschen mit migrantischem Hintergrund oder Menschen aus der Unterschicht immer verlangt wird. Dieses zum Beispiel dieses, das ist auch ein Parallele zwischen Menschen mit migrantischem Hintergrund und Unterschichtsmenschen oder oft sind ja Menschen mit migrantischem Hintergrund in der Unterschicht, weil dieses System eben diskriminiert und es ihnen viel, viel, viel schwerer macht und Aufstieg möglichst unterdrückt wird gesellschaftlicher. Eine Sache, die von beiden Gruppen verlangt wird, Dankbarkeit. Man soll immer so furchtbar dankbar sein über alles. Oh, du kriegst Sozialhilfe, dann sei doch mal dankbar. Oh, du hast eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bekommen, dann sei doch dankbar. Und es ist der größte Scheiß und man kann nicht mal davon leben, aber immer muss man dankbar sein. Und das steht ihr halt bis oben hin und das ist absolut verständlich. Es ist auch sehr, sehr tragisch, weil sie ja zu Beginn, wenn wir sie kennenlernen, sie tut ja auch was. Sie möchte ja wirklich auf eigenen Füßen stehen, sie möchte ja auch wirklich einen Job finden, der zu ihr passt. Und dann hat sie ja dieses Bewerbungsgespräch bei, ich nehme mal ein Altenheim oder so ist das. Und da wird ja dann drauf gepocht von wegen, ja, sorry, wir sehen zwar, dass du dich hier bemüht hast bei irgendwelchen Kursen, aber deine schulische Ausbildung ist zu schlecht. Wir erwarten eine höhere Allgemeinbildung. Wo ich dann hinterher mit einem Kollegen nach der Sichtung so ein bisschen diskutiert habe, weil der meinte, das ist unrealistisch, weil der Pflegebereich ja händeringend Leute sucht. Aber ich fand es total realistisch, weil sie ihr ja so ein dreimonatiges Praktikum anbieten. Und was ist halt besser als eine billige Arbeitskraft? Richtig, eine Gratis-Arbeitskraft. Das fand ich dann auch eine sehr schöne Szene, weil sie dann auch mal offenbart, dass sie es halt versucht. Aber halt eben, wie du schon sagst, diese Dankbarkeit. Sei doch dankbar, dass du jetzt drei Monate für uns arbeiten kannst für null Euro. Wenn ich dem Film aber jetzt was ankreiden müsste, das ist wirklich eine ganz, ganz kleine Kritik, es wird mir halt, sobald sie das Land verlässt, einfach echt ein bisschen viel. Du hast es schon erwähnt, es kommt eine politische Komponente mit rein mit diesem kurdischen Mitbewohner von ihrer Online-Bekanntschaft. Ihre Online-Bekanntschaft ist dann noch irgendwie anscheinend ein Junkie. Dann kommt noch eine andere Frau dazu. Das ist mir am Ende ehrlicherweise echt ein bisschen zu viel. Da zerfasert mir der Film so ein bisschen aus. Man muss aber auch klar sagen, der ist halt 90 Minuten kurz. Der ist jetzt nicht langatmig oder so. Aber ich habe für mich gemerkt, wenn sie halt in Istanbul, wo es glaube ich ist, dann verliert er mich so ein bisschen. Wie war es da bei dir? Ja, das ging mir ähnlich. Der Film hat einen ganz klaren Bruch, der etwa in der Mitte der Handlung, also in der Mitte der Laufzeit stattfindet. Und dieser Film, das muss man dazu sagen, wir haben es glaube ich noch nicht erwähnt, er basiert auf einem gleitnamigen Roman, verfasst von Fatma Aydemir. Und in diesem Roman ist das Politische noch viel, viel stärker. Und tatsächlich überwiegt im Roman auch dieser Handlungsabschnitt, der in der Türkei und in Istanbul spielt. Und die Handlung geht noch um große Strecken weiter, nachdem der Film bereits seine Handlung abgebrochen und in einem gewissen Rahmen geschlossen hat. Insofern ist es also ein Nachvollziehung, mit diesem Hintergrundwissen, dass sich das Ganze einmal etwas unfertig anfühlt. Es ist keine ausgeerzählte Geschichte. Und auch ein offenes Ende lässt immer noch das Gefühl, gut, das war jetzt fast mehr wie ein radikaler Bruch, wo man denkt, jetzt kommt noch Teil 2, als das typische offene Ende, das das Schicksal des Protagonisten oder der Protagonistin nicht ganz klar macht, sondern den Zuschauenden überlässt. Das verstehe ich auch, dass du das hier kritisiert und dem folge ich auch. Aber wie du schon sagtest, das ist halt eine kleine Kritik bei einem sehr gelungenen, starken Film. Und ich wollte noch eine ganz kurze Sache, also jetzt nur mal so anekdotisch ergrenzen, zu dieser Sache, mit dem der Pflegebereich sucht händeringend Leute. Und der Film zeigt uns hier diese Szene, wo sie keine Stellung bekommt. Tatsächlich ist es ja auch in der, zum Beispiel Kinder, in Kindertagesstätten auch genauso, dass da händeringend Leute gesucht werden und man nicht genug Kräfte hat, nicht mal genug Kindertagesstätten, Kindergärten. Und ein Mensch aus meinem unmittelbaren Umfeld hat sich auch, nachdem er da bereits Praktikum, Ausbildung, alles gemacht hatte, beworben. Er hat sogar Empfehlungsschreiben bekommen von anderen Mitarbeitern. Und dieser ganze Kinderladen, in dem er tätig war, es war so ein Integrationskinderladen, wo Kinder ohne Handicaps und Kinder mit Handicaps zusammen eben gelernt und gespielt haben, alle wollten ihn da übernehmen. Und diese Leitung hat einfach gesagt, nein, du hast nicht diesen und jenen Abschluss und darum kommst du hier nicht rein. Du musst diese Dokumente einfach vorweisen, auch wenn das in deiner täglichen Arbeitspraxis mit den Kids überhaupt keine Rolle spielt, gab es halt die Stelle nicht. Also das fand ich absolut realistisch. Und es ist ja auch so ein bisschen, wenn man so denkt, okay, sie ist Pflegerin im Altenheim. Natürlich muss man da vielleicht ein bisschen medizinisches Wissen haben, aber das meiste wäre ja eben menschliche Fähigkeiten und Qualifikationen und nicht unbedingt hattest du eine, was weiß ich, eine Zwei in Mathe. Also ich habe in der Altenpflege meine Zeit lang gearbeitet und auch im Behindertenbereich und ich kann dir sagen, also meine inkompetentste Mathematik ist mir tatsächlich nie auf die Füße gefallen. So viel kann ich sagen. Was ich noch kurz erwähnen möchte, das ist jetzt, ich mochte jetzt auch das Ende. Also der hat ja ein sehr schönes, offenes Ende. Da kann man jetzt auch relativ viel reininterpretieren. Ich für meinen Teil lese es so, dass ihre, in Anführungszeichen, Flucht noch nicht beendet ist. Wie hast du es interpretiert? Nein, die geht definitiv noch weiter. So habe ich es auch aufgepasst. Ja, ist schon scheiße, wenn zwei Pessimisten Podcast machen. Ja. Gut, ansonsten habe ich mich ausgeredet zu Ellbogen. Hast du noch irgendwas außer deinem Fazit? Nein, wir können direkt zum Fazit übergehen. Gut, dann machen wir das jetzt Fazitzeit. Ich fange einfach direkt an. Schöner Film, aber schöner Film ist jetzt falsch gesagt. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Er ist toll gespielt. Er ist, hat, der hat so einen Drive, der hat so eine Energie, die kommt richtig gut rüber. der ist sehr schön dabei, wenn es darum geht, einfach ein Gesprächsthema zu erzeugen für nach dem Kino. Er ist, ich glaube, es ist so eine Produktion vom kleinen Fernsehspiel. Dementsprechend sieht er jetzt nicht umwerfend gut aus, aber er sieht halt authentisch aus. Also es ist, es wirkt alles sehr authentisch und ich habe mir das gerne angesehen. Minikritik ist halt eben, dass sobald sie in Istermund ist, ist es mir persönlich ein bisschen viel, aber an und für sich. Toller Film. Ich hoffe sehr von der Regisseurin sowie von der Hauptdarstellerin in Zukunft noch was zu sehen. Die Chancen besteht, denn ich glaube nämlich, dass auch Kollegin Nieder recht angetan war, oder? Absolut. Das hier ist es ein in jeder Hinsicht starkes Charakterdrama. Spannend und dynamisch inszeniert von Asli Özarslan, die hier ihr Spielfilm-Debüt gibt. Sie hatte davor bereits einen Langfilm im Dokumentarformat gemacht. Die Layla, der sich auch mit der Situation der kurdischen Minderheit in der Türkei auseinandersetzt, auch sehr sehenswert. Dieser Film hier zeigt, dass ihre Qualifikation auf dokumentarischer Ebene, dass sie diesem, also ihrem spielfilmischen, ihrem Regie, dass ihr Regievermögen dem in nichts nachsteht. Es ist exzellent gespielt, eben auch hier ein Hauptrollen-Debüt. Er ist kantig, kompliziert, es ist kein einfacher Film, genau wie die Hauptfigur, macht er es einem schwer, aber ist dabei eben immer lebensecht. Wir sehen hier eine von den so selten erzählten Geschichten von den Menschen, die so selten auch der Leinwand präsent sind, von denen wir eigentlich viel, viel mehr brauchen. Wir sehen hier auch wirklich eine starke Frauenfigur. Und dieser Begriff der starken Frau oder starken Frauenfigur im Kino ist schon völlig inflationär und er ist schon so klischeehaft geworden, dass man komplett vergessen hat, was das eigentlich bedeutet, nämlich innere Stärke, sich nichts gefallen lassen, nicht einfach nur irgendwie auf die Fresse hauen, sondern wirklich ein Charakter zu sein, der authentisch ist und sich nicht unterkriegen lässt. Und das hier ist die Hauptfigur. Also für mich eine ganz klare Empfehlung. Guckt euch den Film an. Es war auch absolut einer der Besten, der Berlinale. Und wenn ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen Werbung für mich selber auch ranhängen darf, ich konnte ein Interview führen mit der Regisseurin. Das findet ihr zusammen mit anderen Berlinale Material auf Movie Break. Sie hat auch sehr, sehr viel Spannendes zu sagen über die Entstehung des Films. Also hört da mal rein. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Auch auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de und ihr könnt auch gerne mal tele-stammtisch.de slash Discord ausprobieren. Da findet ihr unseren Community-Server. Da könnt ihr uns gerne Feedback geben mit uns ein bisschen quatschen und anderen Leuten kennenlernen. Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Auch ich verabschiede mich und höre nur. Und hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.